Musik Ja, hallo und herzlich willkommen zu, äh, Wildlife Park 3. Ihr habt jetzt schon etwas länger nichts mehr hier von mir gesehen, von, äh, Wildlife Park. Und ich muss zugeben, ich hatte eine Zeit lang keine Lust auf dieses Spiel und ich habe es, äh, vom Computer geschmissen und wieder neu drauf gemacht. Das heißt, ich muss jetzt wieder neu anfangen und, ja, ich muss neu anfangen. Dann ist jetzt alles wieder von vorne und ich gucke hier gerade mal so rum, wie dieses, äh, wie dieses Grundstück hier aussieht. Ähm, fangen wir einfach mal an mit dem Namen. Oh, was ist da? Ne, ich mache den erstmal zu. Nein. Ne, wo kann man denn den Namen nochmal machen? Also, jetzt sieht man hier auch ganz deutlich, dass ich das Spiel schon etwas länger nicht mehr gespielt habe. Ähm. So, jetzt ist das nicht mehr so. Jetzt hört man auch mal am Vogelgezwitscher hier. Ah, falsch rum. Sieht jetzt mal wunderschön aus hier. Andersrum. Guck mal, guckt euch das hier an. Geil, ne? So, äh, genau. Ich wollte den Namen ändern. Den Namen. Ähm, ein... Nein. Preis machen war 5 Euro. Ähm. Genau. Dann ändern wir jetzt erstmal hier die Farbe von diesen ganzen Dingen. Das heißt, die Farbe... Ach, da unten. Okay, ähm, was für eine Farbe nehmen wir denn? Äh, blö... So. Ja, nehmen wir so ein Gelb. Ähm. Das Dach... Das Dach... Machen wir... So. Die Wand wird... Nein, kein Pink. Und die Türen machen wir... Grün. So, ich muss mal kurz husten. So, tut mir leid. Guck mal hier. Dann haben wir jetzt... Machen wir mal offen. Was machen wir denn hier vorne für ein Gehege hin? Hier vorne machen wir einfach mal... Ähm... Oh, das sind ja die Tiere. Ähm, 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 ähm... Ich wollte jetzt eigentlich erstmal hier den Weg... Oh, es fängt an zu regnen. Ach, äh, wir sind übrigens in Brasilien. So, ich hab das jetzt gefehlt, also, ähm... Brasilien ist cool. Wir nehmen Brasil... Äh, wir nehmen Brasilien. Ähm... Ich... Ich hab jetzt gerade gar keinen Plan, wo ich den Weg... Da ist er, ja. Da ist er, ja. So. Gehen wir mal bis hier hin. Ja, und hier hin rein. Dann noch ein Stück. So. Dann... Machen wir hier vorne erstmal... Andersrum. Drehen, 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 drehen. Ah. Was war das? Du hast eine neue Nachricht. Jo. Guck ich gleich mal eben nach. Guck mal hier. Die stellen wir mal hier ein hin. Und nochmal drehen. Zack, 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 zack. Zack. Und da. Ja, dann gucken wir mal hier nach der Nahe. Das ist eine neue Nachricht. Eine Tierschutzorganisation hat ein Tier gerettet und bittet dich, es in deinem Park gesund zu pflegen. Wenn du es aufnehmen möchtest, klicke auf Weiter. Du hast aber nicht ewig Zeit, dich zu entscheiden. Okay. Ja, dann muss ich ja jetzt erstmal ein Gehege bauen, du Follhorst. Ähm. Ach, Toiletten brauchen wir auch. So ein schönes Dixi-Klo stellen wir jetzt mal hier hin. Wo ist der Eingang? Nein, das ist die Rückwand. Da. Ähm. Ja. Äh. Kommt man rein und man läuft einfach ins Klo rein. So, stellen wir direkt erstmal zwei dahin, falls manche dringender müssen. So. Gut. Was haben wir hier? Ähm. Ich wollte jetzt ein Gehege bauen. Wo waren die Gehege? Da, genau. Ähm. Was war das denn jetzt? Grazellen oder so, ne? Soll ich diesen Baum hier mit... Boah, was ist das für ein Oschi? So, dann brauchen wir jetzt hier... Mh, hier. Oh. Das war jetzt ein bisschen daneben. Kann man das... Gut. Kann man nochmal wegmachen. Ähm. Aber ich möchte mich hier ganz gerne drehen. Wie kann ich mich denn drehen? Hallo? Naja, egal. Ähm. Dann machen wir erstmal hier. Von hier. Eine gerade... So. Um... So. Um den Baum rum. Geil. Naja, jetzt sehe ich hier aber nicht, bis wohin ich gehen kann. Ähm. So. Schätze ich mal. Wenn's schief ist, ist jetzt nicht meine Schuld. Doch, ist schon meine Schuld, aber ich geb's nicht zu. So, dann gucken wir mal. Boah, guck mal. Geil. Was ist das denn jetzt hier? Ey, wir sind hier auch gerade voll im Regenwald. Ja, Brasilien halt. Ähm, gut. Was für Tiere können wir denn nehmen? Ähm. Ähm. Ach ja, genau. Hier war ja... Das ist eine neue Nachricht. Hey, jetzt ist hier gar nichts mehr drin. Ja, egal. Ähm. Was machen wir denn mal hier hinten? Was sind denn Regenwald-Tiere? Das sind ja alle hier nur so Wüstentiere. Hat man hier eigentlich auch noch, äh... Andere? Ich weiß es nicht. Gut. Ähm. Machen wir erstmal hier einen Tierpfleger. Der ist dafür zuständig. Da brauchen wir aber noch ein... Tor. Das machen wir hier. Boah, ist das riesig. Das müssen wir hier an der Seite machen. Wir machen da Frettchen hin, weil ich hab das, ähm, Gehege etwas zu klein gemacht. Fällt mir gerade mal so ein. Frettchen brauchen die Gras... Savannengras oder brauchen die Sand? Scheiße, Savannengras. Also, so Tierpfleger bin ich jetzt hier auch nicht. Oh. Wir sind zu weit. Guck mal, der kommt schon vorne raus. So. Wir setzen da jetzt einfach schon mal Frettchen rein. Zu gucken, was die alles noch so brauchen. Do you understand? So, ähm, die wollen wahrscheinlich jetzt direkt erstmal fressen. Ich setze einfach mal alle rein, so. So, dann fühlen die sich auch nicht alleine. Gucken wir mal hier. Hallo, Frettchen. Guten Tag. Ihr seid ja gar nicht mehr. Ähm, ich bin sehr durstig. Ich bin sehr erschöpft und möchte mich ausruhen. Ich finde keinen unterirdischen Bau. Okay, die wollen essen und einen unterirdischen Bau. Ähm. Bau. Guck mal hier, da machten wir euch mal hier so einen Bau hin. Zack. Zufrieden. Wie müsste er da jetzt sein? Und was zu fressen? Was fressen die denn? Ähm. Insekten. Da. Und dann machen wir hier noch einen. So. Und durstig. Ja, da kann man doch jetzt nicht so eine Wanne reinsetzen, oder? Ja, doch anscheinend schon. So, tut mir leid wegen dem Husten. Guck mal, hier setzen wir jetzt hier mal so eine Wanne rein. Mitten rein. Oh. Ach, guck mal, eine kleine gibt's auch. Gut. Hör mal, du Yusuf. Komm doch mal hier rein. Hier. Ja, mach's doch mal. Sonst feuer ich dich sofort wieder. Ja. Guck mal, warum füttert er die denn nicht? Ist der irgendwie blöd? Oh. Oder ist das jetzt hier so ein falscher? Tierpfleger. Ist doch richtig. Tierarzt. Gärtner. So. Oh, das ist ja ein Gärtner. Ha. Ich glaube, ich hab ein bisschen hier. So, warte, den können wir jetzt hier einfach mal wieder... ... ... ... ... ... ... ... ... Jetzt haben sie auch was zu futtern. Ich habe aber so viel Frettchen drin, ich muss mir noch eine Futterschale, Futter irgendwas da hinstellen. Das machen wir mal hier. So. Na, dann gucken wir mal hier. Oh. Oh la la. Oh. Hallo Schnuckelchen, du. Hi. Alles klar bei dir? Ja, bei dir? Ja, bei mir auch. Danke. So. Frettchen haben wir. Oh, warte, ich muss ja mal den Zoo hier aufmachen. Auf. Wie kann ich den, äh, Namen ändern? Das frage ich mich die ganze Zeit. Wie kann ich den Namen ändern? Ist viel zu hoch. Vier. Machen wir vier Euro oder Dollar oder... ...Wild Life Park, ähm... ...Geld. Ja, irgendwie sowas. Oh, der ist zu. Auf. So, jetzt ist er auf. So, ähm... Da mache ich jetzt hier noch ein, äh... Ähm... Ja. Ein Vogelhaus. Boah. Riesig. Das stelle ich jetzt hier mal so knallhart. Und dann stellen wir das quer hier hin. Zack. Und hier machen wir dann noch, ähm... Ähm... So, ähm... ...Größe. So. Ah, das machen wir dann. Ah, hier war doch irgendwie so eine Tiere beobachten. Regionale Vögel, alles klar. Gut. Also, ich muss zwischendurch immer noch mal husten, weil ich war jetzt, äh, eine Zeit lang krank. Also nicht böse sein, wenn ich jetzt hier einfach so rumkörche. Keuche. Keuchhusten. Keuchen. Ist ja jetzt zu. Und jetzt ist er auf, oder? Ja, würde ich auch mal sagen. Ich will aber den Namen ändern. Steht denn überhaupt, wie viel ich... äh, wie viel Geld ich hab? Steht bestimmt hier unten. Nee. Na, die machen wir mal aus. Foto, rückgängig, Hauptmenü, Sonne, 27 Grad. Gut. Ähm, kann ich diesen Baum irgendwie wegmachen? Aua, geil. So, dann baue ich nämlich jetzt hier mal so ein richtig geiles Gehege hin. Na, wo? Ach, ich hab noch mal hier. Ach, äh, Erdmännchen ist schwanger. So. Dann mach ich jetzt hier, glaub ich, Büffel hin, oder? Was hab ich denn hier? Büffel. Mach mal Büffel hier hin. Fangen wir hier an. Also die Büffel sind, glaub ich, ziemlich riesig. So. Ja. Es war alles ein bisschen krumm und schief, aber naja. Kann man, kann ich jetzt nichts dran ändern. So. Ähm, gut. Dann machen wir jetzt hier mal ein Tor hin. Das war auch hier, genau. Das machen wir. Ne, war im Eingang nicht. Ja, jetzt hab ich da voll die Kacke gebaut. Egal. Ähm, so. Dann setzen wir jetzt hier mal ein Büffel rein. Das ist immer noch zu klein, hier, für die Büffel. Klatsch. Klatsch. So. Ich möchte Gräser fressen. Ja, dann machen wir direkt, was wir hier Gräser hin. Ähm, Futter da. Was ist das? Gräser. Blätter. Blätter. Gräser. Was ist denn jetzt hier für ein Büffel? Ist das das? Ne, ist doch nicht Büffel. Ne, ist zu klein. Blätter. Gräser. Er ist für Giraffen. Machen wir mal da. Und da. Kommt der Tierpfleger hier rüber? Ne. Äh, dann muss ich einen neuen machen. Ah, der ist hier für zuständig. Zack. Machen wir auch mal einen Tierarzt. Der für beide zuständig ist. So, was hat er denn noch? Ich bin sehr durstig. Sehr verständlich. Ähm, 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 ähm. Nein, 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 nein. Was machst du denn da wieder, Lukas? So, guck mal, hier könnte er dann hier ein bisschen trinken. Oh, ja, der geht aber ab. Es ist zu warm. Zu warm? Das heißt, wenn ich das jetzt kälter mache, aber dann ist das doch viel zu kalt. Oder sehe ich das falsch? Das friert doch dann, oder nicht? Naja, soll mir egal sein. So, reicht der das jetzt, Freund? Ja, okay, genau. Die brauchen noch ein Salzdingen. Einen Salzstein. Machen wir hier hin. So, das müsste jetzt aber reichen hier, oder? Äh, prima. Neralien. Die Gräser schmecken richtig gut. Ich würde mich gerne im Schlamm wälzen. Ich möchte frische Blätter essen. Oh, jetzt noch extra Wünsche hier. Machen wir das hier aber auch noch weg. So. Das sind Gräser und jetzt kommen Blätter da rein. Ne? Genau. Gut. Äh, dann machen wir hier noch ein Salzdingen hin. Im Schlamm wälzen. Wie kriege ich denn jetzt hier Schlamm hin? Ach, Mann. Schlamm. Hier haben wir Schlamm. Wie machen wir hier? Ach, guck mal hier, für einen Tierwärter hier direkt erstmal so einen schönen Schlamm. Guck mal hier, nochmal ein bisschen Schlamm hin. Boah, rein da. Alle rein da. Guck mal hier. Geil. Geil. Okay. So, dann gucken wir mal hier. Wie sehen die Büffel denn aus? Hallo, guck mich hier mal einer an. Ach, die gehen schon durch sich durch. Boah. Richtig reinmanschen hier. Genau. Und was machst du? Du atmest. Warte mal, atmest du denn? Schneller. Na du. Hi. Hi. Und er steht da einfach nur und macht gar nichts. Okay. So, dann haben wir jetzt das nächste Gehege. Aber irgendwie kriege ich kein Publikum hier. Vielleicht muss ich noch weiter runter gehen mit dem... Zwei. Ja komm, ey. Kann ja nicht sein. Ein. Machen wir zwei, weil sonst nehme ich ja gar nichts ein. Guck mal, hier haben wir direkt erstmal so einen coolen Vogel hier rumlaufen. Ähm. Ich wollte jetzt noch Bänke machen. Bänke und... Ne, Bänke haben sie ja gar nicht. Ne. Gibt's doch gar nicht. Aber Dekoration. Guck mal hier. Schmücken wir das mal ein bisschen. Guck mal hier. Leuchtet's ein bisschen. Und hier machen wir ein Steinchen hin. So. Was machst du da? Hm. Wir gehen jetzt hier mit dem Weg. Ich baue jetzt hier noch einen Weg dran. Längs. Ach man, ich weiß jetzt nicht, wo der Weg... Da. Da ist er ja. Aber eckig. Machen wir das denn eckig hier? Können wir das nicht eckig machen? Doch, können wir doch bestimmt irgendwie. Hä? Hä? Warum geht der nicht eckig? Naja. Müssen wir da jetzt rund machen. So. Ähm. Das können wir dann jetzt mal weg machen. Das machen wir auch weg. Den Mülleimer. Ja, den können wir da stehen lassen. So, allen Tieren geht's hier gut. Gucken wir mal nochmal bei den Frettchen hier. Gucken wir mal bei den Frettchen hier. Wir kommen jetzt noch bei den Frettchen. Tschüss. Vielen Dank.